der namenlose held ist immer noch auf einer ausgedehnten erkundungstour nördlich des flusses an der schwertküste unterwegs und hier oben sehe ich nix aber da unten da ist eine horte blaukrallenaffen da hinten ist eine schädelblüte und ich speichere los geht's was war meine taktik bei blaukrallenaffen kleine kurze schläge ja du auch naja das liegt nicht optimal aber für meine verhältnisse ging es zwei proviant gehen durch da kam ich ja da ist die truhe hier oben war die schädelblüte richtig ganz genau ich frage mich was ich mit diesen ganzen kräutern irgendwann mal machen kann bisher habe ich noch keine verwendung so hier bisher habe ich da keine verwendungsmöglichkeit gefunden bis auf die blutwurzeln die kann ich zu bloody mary verarbeiten wenn ich mal wieder in einer brennerei bin und goldbrocken und da die entsprechenden zutaten alle habe und brennen kann ich glaube das muss ich auch was noch lernen karte jetzt laufe ich am felsrand runter zum fluss exakt da ist einmal gold klee höhen gibt es hier ja nicht dass hier irgendwas hier waren die äffchen ich bin mir nicht sicher ob ich hier alles abgelaufen bin keine ahnung ich gehe erst mal zum fluss da unten ist eine schädelblüte die sieht man ziemlich gut aber so maki beeren obwohl die rot sind sind schwer zu sehen weil der größte teil der roten marki beere ist das normale krallen affa da speichere ich mal nicht aber das geht ein probiant trotzdem zähne und krallen zwei stück weil der größte teil der marki beere oft genug von noch ein affe oft genug von irgendwelchen blättern verdeckt ist die müsste eigentlich noch auffälliger sein hält danke kralle und zahn hier oben war ich doch dann richtig ja genau wieder zurück auf den weg zum flussufer und da könnten alligatoren sein bisher habe ich zwei erlegt hier auf der schwert küste aber trau schau wem das ist doch schon der tempel genau der tempel vom shaganumbi dorf tempel der ahnen und 85er kann ich nicht knacken misst die kommt auf die liste gar keine nuss ja ansonsten sehe ich ja nix ins wasser gehe ich noch nicht ich bleibe erst mal noch an land wer bist denn du bist du ein der sammlerinnen eigentlich müsste das einer der sammlerinnen sein natsumi genau ok ja ganz meine meinung so das hier habe ich schon richtig ja ein guter gewerr hier einmal links rum und dann müsste ich doch eigentlich ach herrje von wegen alles haben wollte ich gerade sagen da ist noch ein affe hier ist noch eine geisterlilie karte ja ich muss ja noch mal rechts den weg hoch und dann dann habe ich hier oben hoffentlich alles hey kratz mich doch nicht wenn ich gerade schießen will das ist unangebracht aber immerhin 52 rum da unten müsste ich überall lang getappst sein ne ich würde hier rechts noch mal irgendeinen weg hoch genau den weg den hier rechts mal rum und wieder rauf aber jetzt nix mehr es sei denn ich finde hier in solchen in solchen ruinen solche türen hat diese ruine hier eine tür hier rum nicht oh gaganos hier war ich wohl auch nicht hier hat sie auch keine tür karte wo bin ich denn doch hier oben war ich schon natürlich aber ich werde ja mal rechts an der felswand lang gelaufen es kann sein dass ich hier mir das noch nicht so genau angeschaut habe aber hier ist auch nix hier kann man nicht hochklettern ich höre irgendwas papageienartiges karte da oben war ich auch schon ja 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 also zurück zum fluss hier runter links und dann mal am flussufer lang also am direkten flussufer ich glaube das mache ich sogar schon vom wasser aus ich meine ich hätte poko pilz im wasser gesehen irgendwann vor einiger zeit als ich auf der brücke stand die brücke vom eingeborenen dorf zum ahnentempel da habe ich gesehen dass da im fluss poko pilze wachsen und ich glaube hier war das krokodil das maul aus dem wasser ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich habe den poko pilz hatte ich nämlich gesehen zack weg und ich merke mir mal dass ich bis unter die brücke dann hier auch im wasser alles habe ist hier hinter dem brückenpfeiler was ja ein poko pilz und hier ist eine geisterlilie ich habe sie ganz genau gesehen so aber hier mache ich jetzt nicht weiter es geht jetzt hier im wasser mit dem strom zurück bis zum wasserfall und dann schaue ich mal ob ich vom wasser aus noch irgendwas sehe ja hier ist zum beispiel eine geisterlilie und hier sind die sammlerinnen also hier dürfte nicht so viel sein im moment hier vorne auf einem solchen inselchen war ich ja auch schon aber ich schaue noch mal rauf nix und hier auch nix das andere ufer das müsse das südliche ufer sein hier rechts das das ich mal jetzt außer acht einmal hier lang karte ja davon ist der große wasserfall da weit sich der fluss aus da könnte einiges sein irgendwelche versteckten poko pilze im wasser oder auch inseln im fluss mit geisterlilien oder schatztruhen hier sowas aber ne hier wächst nix nix was ich pflücken kann hier auch nicht und hier vorne das wäre da auch ein schöner ort für was versteckt ist ah ja 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 aber es sieht schön aus man darf nur nicht runter torkeln was ist hier diesen inselchen auch nichts nicht meine magie wäre ja hier ist schon das fluss ufer das südliche und ich habe den helden nass gemacht und nichts gefunden null komma nichts das ist gemein schau mal hier ins gebüsch ja dann karte ich würde mal sagen dass der gesamte bereich oberhalb des flusses jetzt abgegrast ist und auch die gesamte küste ist ja abgegrast das heißt ja mehr als die helfe habe ich schon wenn ich puerto isabella und die direkte umgebung vom eingeborenen dorf mitnehme aber da im süden südlich vom fluss da ist noch einiges deswegen werde ich jetzt hier noch ein bisschen durchs dickicht tapsen und dann mal schauen ob ich hier irgendwo ein eckchen finde um mal zu speichern und dann ist zu überlegen ob ich nicht mit ranapiri losziehe der wollte mir ja erzählen nein zeigen wo er tahana gesehen hatte zuletzt und ich nehme mal an dass das nach süden geht weil tahana zum friedhof wollte und der friedhof ist ja in der nähe von puerto isabella ich kann mal übrigens den letzten schatz mir wieder anzeigen lassen da der friedhof ist ja da unten wo dieses schatzkreuz ist dahin war tahana unterwegs und ist vermutlich der inquisition in die fänge geraten und ich nehme an links da das ist der erdtempel und jetzt könnte ich doch mit tahana gemeinsam nein nicht mit tahana mit ranapiri gemeinsam in die richtung ziehen wo er tahana gesehen hat das müsste ja nach süden südosten sein und wenn ranapiri dann in meiner gruppe ist ich hoffe der ist ja in meiner gruppe dann kann ich doch garantiert den ruhm einheimsen wenn er gegen warzenschweine, gockel und so weiter kämpft ja das klingt nach einem plan und der wird auch gleich verfolgt aber erstmal wird gespeichert so auf geht's ich will das letzte tageslicht noch nutzen ich denke mal das wird eine weile dauern bis ranapiri mir gezeigt hat wo er tahana gesehen hat und ich hoffe sehr dass der in meiner gruppe ist dass also der ruhm von seinen ja siegen auch auf mich abfärbt zeig mir wo du tahana gesehen hast folge mir gut schon folge ranapiri in den dschungel ich habe gerade nicht die nachricht bekommen dass er in meine gruppe eingetreten wäre das ist schlecht ich fürchte ich bekomme den ruhm nicht ah okay ich muss es mal ausprobieren es wird schon irgendein kampf passieren und im zweifelsfall wenn ich den ruhm nicht bekomme muss ich versuchen so wenig wie möglich kämpfe gemeinsam mit ihm hier zu machen okay das war Nummer 1 hey na gut ich habe jetzt beide gekillt deswegen war das ein schlechtes Beispiel ach ich dachte das war eine Marki-Beere wie gemein zwei Krallen und zwei Zähne aber hier das ist eine Marki-Beere ja und ich folge ranapiri ja machen wir oh ein Jaguar eigentlich ach das sind zwei oh ah wo kamst du denn her hey es starb weil es schwach war okay oh jetzt kann ich einem Jaguar das Fell abziehen das ist gut aber gab es da nicht zwei ähm da ist ranapiri hier da ist noch einer ranapiri äh soll ich jetzt hier wird ja gähnt soll ich jetzt hier die Beute spielen na gut mit einem Jaguar komme ich auch alleine zurecht glaube ich und wenn ich den Ruhm nicht bekomme wenn er den Jaguar besiegt dann ist es gut wie es bisher gelaufen ist ich habe nämlich alle drei siegreichen Treffer gesetzt Marki-Beere da ist ein Affe das kann ich auch alleine wo bin ich eigentlich ach er läuft jetzt quer über die Insel interessant ja das war auch ich ich muss mir den Schuss jeweils aufheben Magi-Beere bis oh drei Warzenschweine und er will da lang ich speichere mal grad ok mit Warzenschweinen ist nicht zu spaßen was ist denn hier die Blaurücke kommen nicht in das Dorf der Shaganumbi aber sie lauern öfter im Dschungel und greifen uns an wenn wir wenige sind was wollen die Protektoren von euch sie versklaven uns halten uns für wilde den Blaurücken ist nichts heilig sie behandeln Menschen wie Tiere ah verstehe folge mir folge Rana Piri weiter ins Inland durch eine rotte Warzenschweine jetzt ist hier Gefahrenschufe Dunkelrot ey dieses hässliche Schwein ich muss schon wieder futtern ohne Ende Rana Piri mach das mal weg na endlich warzenschweinenfell rohes Fleisch und Hauer mal drei und hier die Kiste die kann ich nicht stehen lassen ja 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 hetzt mich nicht ah einfach rein und raus und fertig und ich finde eine Fackel einen Grog und zehn Gold oh das in einer 45er Tour ja ja wir gehen oh Termiten und Affen und eine Makibeere es geht los ey garstiges Insekt so zwei Sicheln ach da oben ist noch eins komm 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 bei dir wird mir Kollege Rana Piri auch noch helfen und ich muss schon wieder futtern irgendwie ist er nicht sehr schusssicher der Gute der schießt immer oben drüber trifft doch mal ja endlich eine Sichel 105 Ruhm und einmal Provian kann ich noch irgendwas anlocken hier irgendwas böses ein Termiten Königin da hinten ist schon Pojato Isabella ne nix mehr da oh da kann ich noch klettern oder ja aber alles später erstmal mit ihm hier weiter durch die Gegend stapfen ah die gibt's ja auch noch ja du blöder Gockel jetzt weißt du mal wie das ist wenn man flankiert wird scheiße blödes Gefühl von zwei Seiten angegriffen zu werden es starb weil es schwach war es starb weil es schwach war wo ist Geflügel da sehe ich eine Kiste und sie wird nicht mehr lange gefüllt sein ach noch nicht mal was zum aufschließen dann kann nicht viel drin sein ja Fackel Grog und drei Gold gold Klee und bevor es weiter geht mit Ranapiri durch die Dschungel der Schwertküste mache hier mal Schluss und weiter geht's dann im nächsten Teil bis dahin Haus Dschungel 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 das Dschungel Dschungel